Warum ist es so wichtig, dass Kinder täglich im Kinderhaus oder in der Schule diese drei Zeitstunden ungestörte freie Wahl der Arbeit haben? Minimum. Also ich denke mir, wir können von uns Erwachsenen ausgehen. Wenn wir eine wichtige Arbeit haben, etwas was uns wirklich packt, interessiert, das umfassende Recherchen braucht oder auch viel Niederschreiben, Nachdenken braucht, dann ist es auch uns wichtig, dass wir nicht ständig gestört werden, weil wir sonst immer herausgerissen sind und uns wieder rein denken müssen. Bei Kindern ist es jetzt so, dass ja in dieser Zeit diese tiefe innere Entwicklungsarbeit vor sich geht. Kinderhauskinder konzentrieren sich sehr stark. Sie gehen in diese Polarisation der Aufmerksamkeit. Sie gehen in Wiederholungen. Es muss einfach die Möglichkeit geben, ein und dieselbe Tätigkeit zehnmal, zwanzigmal, dreißigmal hintereinander zu wiederholen, wenn das vom inneren Lehrer, der inneren Lehrerin des Kindes vorgegeben wird, wenn das Kind das in sich spürt, diesen Wunsch. Wenn man an Schule denkt, sind die Kinder ja in Gruppen zusammen. Sie diskutieren, sie denken gemeinsam, sie recherchieren gemeinsam. Es braucht diese Zeit, um sich einem Thema wirklich zuwenden zu können, um sich einem Thema wirklich annähern zu können. Und ganz oft, gerade bei Schulkindern, zieht sich das Thema sogar über mehrere Tage, weil ein Tag zu kurz ist, um sich ausgiebig damit zu beschäftigen. Umgekehrt wollen die Kinder vielleicht viele verschiedene Tätigkeiten an ein und denselben Tag ausüben und brauchen die Ruhe und die Gewissheit, das geht sich alles aus. Wir wünschen uns für unsere Kinder, dass sie nicht unter Zeitdruck geraten, dass sie nicht ständig auf die Uhr schauen müssen und vor allem, dass sie nicht herausgerissen werden, nicht gestört werden in dieser für sie so wichtigen Arbeit. Und deshalb braucht es diese entspannte Situation, ich habe wirklich Zeit für meine Arbeit, für mein Thema, für meine Wiederholungen, für das Gespräch mit meinen Freunden und es hetzt mich nichts. Ich kann auch wirklich in meinem Tempo gehen. Zwischendurch gibt es vielleicht ohnehin eine Darbietung von einer Lehrerin, wo es dann auch etwas ganz Neues gibt. Und auch dafür braucht es wieder die Zeit, dass ich mich damit auch heute gleich beschäftigen kann. Zumindest bis zu einem gewissen Grad oder ein erstes Mal.